Herzlich willkommen beim meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Für die heutige Folge habe ich mich mit den Zwillingsschwestern Lisa und Anna Hanna getroffen. Die Hanna-Twins gehören mit Bestzeiten von 2 Stunden 26,44 bzw. 2 Stunden 28,39 über die Marathon-Distanz zu den schnellsten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie sie eigentlich zur Leichtathletik gekommen sind, darüber, welche Trainingsmittel sie nutzen und auch darüber, was sie neben dem Leistungssport für weitere Projekte betreiben. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Und das war halt das Ziel dann, das war einfach so ein Gefühl von Freude und gleichzeitig auch so unfassbar, also weil das war halt nicht mal ein Traum von mir, das habe ich halt nicht für möglich gehalten und dass es dann wirklich so passiert ist. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurter Main. Und ja, ich würde sagen, dann geht's los und dann hole ich natürlich, hole ich hier was aus der Tasche raus. Das ist ein Audio-Podcast, man sieht's nicht. Cool. Das ist ein Tischtennisschläger. Das ist mein erster Impuls ist jetzt, dass ich den nehmen würde und gucken würde, wie viel Kripp der hat. Ob der... Ich muss sagen, der lag jetzt, ich glaube... Schon ein paar Jahre, also ist noch in Ordnung, also so um einen Schulhof zu gewinnen. Aber vom Kripp her so, finde ich, also ich würde mit dem gut zurechtkommen. Was schätzt ihr, wie alt der ist? Warte mal, wie alt sind wir denn? Ja, genau, so ungefähr... 15 Jahre vielleicht? Ich befürchte, der ist 22 Jahre alt. 22 Jahre? Ah, dafür hat er sich gut gehalten. Ich habe aber auch, glaube ich, die letzten 19 Jahre nicht mehr damit gespielt. Ich habe den nur immer aufgehoben für den Fall der Fälle. Ich könnte ja nochmal Tischtennis spielen. Wir haben hier unten eine sogar aber nicht aufgebaut. Ja, aber es ist echt wirklich, also das ist eine sehr gute Fähigkeit, wenn man Tischtennis spielen kann und in Trainingslagern ist. Auch die Geher, also die Racewalker, die spielen sehr gern Tischtennis. Und da kann man gute Eisbecher gewinnen. Und da wäre meine erste Frage natürlich, wie kommt man vom Tischtennis zum Marathonlauf? Ja, ist nicht ganz naheliegend. Schuld, wenn man das so sagen kann, ist Joey Kelly. Wir waren mit 17 auf einem Vortrag von ihm. Also wir saßen hier bei uns zu Hause, also bei unseren Eltern und haben eine Zeitung gelesen, dass er einen Vortrag hält. Und wir waren vorher früher richtige Kelly-Fans und der Name ist uns sofort ins Auge gesprungen. Und wir haben gedacht, boah, da müssen wir auch hin. Und Joey hat halt über das Laufen geredet, also über seine extremen Abenteuer. Und ja, so wie er das erzählt hat, er hat so eine Energie daraus gezogen und so viel. Ja, er hat gesagt, es hat sein Leben verändert und es hat ihn gerettet, so. Da haben wir gedacht, boah, das hört sich an, als wir laufen, das Coolste überhaupt. Und sind dann gleich losgelaufen und uns hat so viel Spaß gemacht. Und am Anfang war für uns halt nicht die Frage, so Tischtennis oder Laufen. Es war erst mal so, boah, Laufen ist cool. Irgendwie kriegen wir das noch in unsere Woche unter. Und dann, nur wo das Laufen mehr wurde, haben wir gemerkt, so, okay. Dann war halt am Wochenende, es war ein Volkslauf, es war ein Tischtennisspiel. Und irgendwie hat es uns dann immer so gereizt, aber eigentlich wollen wir den Lauf machen. Und ja, da haben wir uns dann irgendwann fürs Laufen entschieden. Also Joey Kelly ist quasi dafür verantwortlich, dass ihr zur Marathon-Distanz gekommen seid. Ja, kann man so sagen. Aber seid ihr dann mit so einer Idee im Hinterkopf zu dieser Veranstaltung gegangen? Von wegen, wir lassen uns mal von ihm inspirieren. Vielleicht hat er eine gute Idee. Nee, überhaupt nicht. Oder ihr wart Fans und wolltet immer Live sehen. Ja, nach einem guten Abend haben und so. Und dachten, also das war nicht das Laufen, was ihn so fasziniert hat. Also ich glaube auch jetzt, wenn er nicht über das Laufen geredet hätte, sondern über irgendwas anderes. Damals. Damals, ja genau, dann hätten wir genau das gemacht. Also selbst Schach, wahrscheinlich hätten wir versucht, irgendwie, hätten wir es gleich am nächsten Tag als Schachbrett gesetzt und gedacht haben, wir müssen Schach spielen. Das ist so cool, wir müssen Schach spielen. Das ist einfach so cool. Wir hätten es wahrscheinlich nie wirklich erfolgreich geschafft. Aber ja, das war die Art und Weise, wie er von dem Laufen erzählt hat. Habt ihr ihn in der Zwischenzeit irgendwann mal treffen können und mit ihm darüber gesprochen? Ja, also ich glaube, wann haben wir die in 2012 haben wir ihn dann das erste Mal? Ich hätte gesagt 12. Nee, ich glaube, das war nämlich, da bin ich schon Marathon gelaufen, Berlin-Marathon. Da bin ich das erste Mal dann persönlich getroffen und hat nämlich auch gesagt, es ist so verrückt, er wird immer jetzt davon angesprochen, du hast doch die Hana-Twins zum Laufen gebracht. Und wo er sich hat, hat er auch gedacht so am Anfang, wer sind denn die Hana-Twins? Und dann hat er halt das mitbekommen, weil die meisten Überschriften waren halt, als wir dann halt immer besser wurden, dann irgendwie durch Joey Kelly zum Laufen gekommen. Und war halt immer die Verbindung. Und mittlerweile sind wir echt gut befreundet mit ihm, kennen auch seine Familie. Und ja, das ist richtig cool. Also es ist so ein toller Mensch und so viel Ausstrahlung und Wertschätzung, die er jedem entgegenbringt. Das ist, ja, es ist echt für uns ein Hero. Ja. Und auch, glaube ich, ein Wettkampftier. Also der hat ja schon unglaublich viel an verschiedensten Sportarten gemacht. Ich glaube, er ist Wok-Weltmeister, aber er ist, glaube ich, auch mal über ein Jahr lang in jeder Woche einen Marathon gelaufen. Oder? Ja, der hat neun Ironmans in einem Jahr gemacht. Okay. Und zu Fuß durch Deutschland gewandert. Also ganz viele, vor allem verrückte Aktionen. Und das ist auch das, wo wir heute noch was von Joey lernen können, wie stark er im Kopf ist. Also mental, er nimmt sich das vor und zieht es durch. Und für ihn gibt es halt irgendwie die Option aufgeben nicht, sondern wie ziehe ich das halt bestmöglich durch. Und auch, wenn er zum Beispiel bei den Stefan-Rab-Events, wenn er erzählt, so, wenn er sich dafür entschieden hat, mitzumachen, auch wenn es irgendwie aus Spaß ist, möchte er das Beste sein. Ja. Und dann bereitet er sich halt auch professionell drauf vor. Und trotzdem halt immer eine Leichtigkeit zu haben und nicht irgendwie so verbissen zu sein und so. Das muss jetzt so ungefähr, sondern einfach zu schauen, hey, was kann ich da optimieren? Wie kann ich das so machen? Und das finden wir super cool. Also da würdet ihr sagen, tickt ihr ähnlich? Ja. Ja. Ja, ich glaube, deswegen gab es uns auch sofort so eine Connection und da hat er uns so geflasht. Ja. Auch zu Hause beim Monopoly-Spielen und Kartenspielen? Ja. Oh, wir spielen beide nicht so gerne. Ja, aber wenn wir spielen, dann. Ja, wahrscheinlich deswegen. Also wir spielen es ja immer dazu da irgendwie, um halt Spaß zu haben und so. Und ich finde, wir sind schon besser geworden, dass man da auch irgendwie halt. Aber so zu verlieren macht halt irgendwie keinen Spaß. Was macht denn der Marathon für euch so reizvoll? Was ist der Reiz an der Marathon-Distanz für euch? Der Marathon ist unberechenbar so. Also man kann nicht sagen, wie das und das trainiert oder wenn ich mich nach 20 Kilometern gut fühle oder nach 30 Kilometern, wird das bei rauskommen. Es kann halt alles passieren so. Und das ist, ja, das mag ich schon. Allein die Zahl irgendwie, 42,195 Kilometer sind ja 42 Kilometer und nicht 40, sondern da gibt es ja auch was Historisches zum. Einen dann halt, ja, wie der Spiridon die Botschaft überbracht hat, halt die Strecke und dann durch die Olympischen Spiele in London ist es halt genau 42,195 Kilometer geworden. Also allein was da für Geschichten rum sich sammeln, finde ich das so faszinierend. Ja, dass wir eigentlich, wo wir mit dem Laufen schon angefangen haben, haben wir dann so gedacht, Marathon, das ist cool, das wollen wir laufen. Und unser Trainer war dann halt nach einem halben Jahr oder so, Jürgen Stephan Steppke aus Kassel, der uns dann gefragt hat, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen Marathon laufen. Ja, wollt ihr Marathon einfach nur so laufen oder wollt ihr schnell laufen? Und da war dann wir halt wieder, ja, wir wollen schnell laufen. Und deshalb sind wir dann erstmal auf die kürzeren Distanzen, aber irgendwie die Begeisterung für den Marathon, der war schon... Also um erstmal eine Basis zu schaffen für... Um bereit fürs Marathon-Training zu sein. Ja. Weil im Marathon zu laufen mit einer relativ okay Ausdauer und ein bisschen gelaufen zu sein, das geht ja, aber um schnell zu laufen, braucht man halt echt krasses Training und dafür muss der Körper und der Kopf vor allem bereit sein. Und das Faszinierende finde ich auch am Marathon, dass man halt sehr viel über sich selbst auch lernt. Also weil die Gedankengänge, die man während des Marathons hat und wie man sich mit sich selbst beschäftigt oder halt, ja, merkt, was für Gedanken aufkommen. Und also das ist irgendwie so eine Lebensschule auch. Und wenn man halt schwierige Situationen im Marathon meistert, gibt das einem irgendwie auch eine Zuversicht so insgesamt fürs Leben. Also im Prinzip das wahre Leben auf... Ja, komprimiert auf 40,1,5 Kilometer. Würdet ihr sagen, es gibt auch Parallelen zwischen Marathon und Tischtennis oder ist das so grundverschieden, dass das nichts miteinander tut? Ja, ich glaube, wir sind ja spät zum Laufen eingestiegen mit 17 Jahren als Quereinsteiger und sind ja vorher quasi nicht gelaufen. Aber die Sportarten, die wir gemacht haben, haben uns trotzdem irgendwie geholfen. Beim Tischtennis glaube ich, dass wir... Wir sind nicht die schnellkräftigsten Athleten so. Und Tischtennis muss man eigentlich schnellkräftig sein, aber wir können uns extremst gut über einen langen Zeitraum konzentrieren und fokussieren. Und ich glaube, das muss man halt beim Marathon auch einfach irgendwie so bereit sein, irgendwie über eine lange Distanz Leistung zu bringen. Und ich glaube auch halt quasi, der Satz ist erst zu Ende, wenn der Gegner halt elf Punkte hat. Genauso der Marathon ist erst zu Ende. Oder wenn du selbst elf Punkte hast. Ja, genau. Also wenn jemand elf Punkte hat, also dass man halt nie aufgibt, also sich nie hängen lässt. Und also selbst im Tischtennis hatten wir Situationen, wo wir irgendwie eine 10 zu 2 Rückstand, dann noch einen 12 zu 10 Sieg für sich selbst umwandeln konnten. Also dass man halt einfach sagt, okay, also es geht ja immer um den nächsten Punkt nur. Und wenn ich den gewinne, dann geht es um den nächsten Punkt. Und im Marathon, wenn es nicht läuft, ist genauso. Dann geht es nicht um die gesamte Distanz, sondern es geht darum, kann ich noch die nächsten Kilometer laufen. Und wenn ich den noch laufen kann, laufe ich den noch. Und dann wieder nur den nächsten Kilometer. Und würdet ihr sagen, dass es für euch von Vorteil ist, mit der Zwillingsschwester zusammen zu trainieren und den gleichen Sport ausüben zu können, dass ihr da einen Vorteil für euch rausziehen konntet? Ja, ja. Ich glaube zum einen, so wie wir zum Laufen gekommen sind, dass es halt, wenn ich in anderen Augen schaue und irgendwie das Funkel sehe, und dann spüre ich das in mir selbst. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich kann es nicht machen. Weiß ich auch mal. Und dass man halt mit jemandem hat, die genau das Gleiche fühlt und mit der man halt auch drüber sprechen kann und Träume irgendwie entwickeln kann. Und dann, ja, auch so Sachen wie im Trainingslager ist halt immer Familie dabei. Also sechs Wochen oder sieben Wochen in Afrika sind halt okay, weil es ist immer eine Person, wo ich weiß, okay, mit Anna kann ich auch im Zimmer sein und wir gehen uns nicht auf die Nerven, weil, ja, wenn wir nicht treten wollen, dann reden wir einfach nicht. Aber dann fühlt man sich trotzdem wohl irgendwie in dieser Ruhe. Ja, und also ich würde es ausweiten, ich glaube, dass es ein Riesenvorteil ist, eine Zwillingsschwester generell im Leben zu haben und im Sport dann genauso. Und man kann sich das nicht aussuchen, aber da haben wir ja das Glück, dass wir so auf die Welt gekommen sind. Und es gibt wahrscheinlich, oder wir kennen ja auch, es gibt auch andere Zwillinge, die das dann halt, es ist schon so, dass man halt als Zwilling sehr oft verglichen wird. Also was aber halt irgendwie, ich meine, da kann ich auch jeden verstehen, der halt Zwillinge vergleicht. Also das liegt halt eben auf der Hand. Und da darf man halt, wenn man halt irgendwie ein Gefühl von Eifersucht entwickelt oder Neid, dann kann es, glaube ich, schwierig sein, halt irgendwie eine Zwillingsschwester immer zu haben. Aber wenn man halt einfach das umdreht und halt sich einfach immer mit jemandem freut. Oder Bock auf Wettkampf hat und dann einfach sagt, okay, heute warst du besser, heute warst du schneller. Aber morgen. Dann ist es gut. Und ihr seid ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren Vollprofis. War es für euch schwierig, diesen Schritt zu gehen, vom, ich sag mal, noch mehr Amateursport zum wirklich, ich setze jetzt alles oder wir setzen jetzt alles auf diese Karte? Nein, nein. Nein, also weil es halt so, das war, was aus unserem Innersten herauskam. So einfach, das ist das, unsere Leidenschaft. Und ja, wenn wir versuchen das oder wir machen das. Und vielleicht, weil wir immer gespürt haben, so, was kann im schlimmsten Fall passieren, dass es nicht funktioniert hat. Gut, dann wissen wir aber, dass es nicht funktioniert hat. Und wir würden uns halt sonst immer fragen, so, was wäre, wenn. Und auch unsere Eltern, die da, wo ich immer noch denke, so, wow, was für ein Vertrauen die in uns hatten. Die halt auch so gesagt haben, okay, die wissen nicht, wie das funktionieren kann. Und aber wir vertrauen euch, dass ihr das macht, weil ihr davon überzeugt habt. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, also wir sind immer für euch da. Also ihr hattet da auch den nötigen Rückhalt aus Familien und Freundeskreisen. Ja, absolut, ja. Also es war höchstens, also das dann halt, es ist schon so, dass halt, weil wir ja Lehramtsstudium, also ein bisschen den Bachelor abgeschlossen haben. In Mainz. In Mainz. In welchen Fächern? Französisch und katholische Theologie. Malte Französisch. Und das dann halt schon an unsere, also an Familiengeburtstagen oder so, die Omas oder dann halt auch die Tanten. Und halt immer gefragt haben, ja und, also wann geht ihr endlich an die Schule und so. Aber das ist, also mittlerweile fragt das auch niemand mehr. Ja, ich glaube, es war auch, weil wir so ein Gefühl hatten, wir können mit dem Laufen mehr machen. Also nicht nur Laufen, dann wären wir wahrscheinlich keine Profis geworden, sondern weil wir schon Ideen hatten und da halt auch Leute gefragt haben, wir reden gern übers Laufen und auch, wir haben auch schon die ersten, ja wo wir angefangen haben, so Lauf treibst du irgendwie dann gleich mitbetreut so. Und das hat uns halt super viel Spaß gemacht und wenn man da mehr Zeit dafür hat, haben wir gedacht, dann kann man vielleicht auch davon leben. Und was war dann im Endeffekt die größte Hürde jetzt so im Nachhinein? Hm, ich glaube, dass wir an sich so gepulst sind, dass wir wenige Hürden sehen. Also wir schauen eher immer so, ach guck mal, da vorne ist doch eine Lücke, da kommt man doch durch. Also wir sehen dann nicht das große Hindernis, sondern einfach eher, wie man da drüber kommt. Oder, also ich glaube, wenn man halt so viele Hürden, also die gab es ja mit Sicherheit, aber die waren irgendwie für uns nicht so präsent. Und ihr hattet ja im Prinzip auch durch das Lernstudium einen Plan B, oder? Kann man das so sagen? Ja, ja. Und also ich glaube schon, dass es einem ein sicheres Gefühl gegeben hat. Also dass man wusste, man kann ja jederzeit, also das Studium hat uns ja auch Spaß gemacht. Also wir können ja jederzeit auch den Master dranhängen. Oder man kann ja selbst mit einem Bachelor in die Schule gehen und unterrichten. Also dann kann man natürlich nicht verabbeamtet werden und alles. Aber wir hatten ja quasi einen Abschluss und hätten auch da weitermachen können. Wie häufig trainiert ihr denn heute pro Woche? Einfacher ist es vielleicht die Marathon-Vorbereitung irgendwie. Da sind es 180 bis 200 Kilometer pro Woche, wo halt dann auch fast die Ausdauereinheiten fast ausschließlich laufen sind. Und hinzu kommt noch Schwimmen und Krafttraining. Und Yoga machen wir sehr viel, weil wir merken, wie gut das unserem Körper und insgesamt irgendwie unserem Geist tut. Und ja. Und hinzu muss man sagen, also dadurch, dass wir unterschiedliche Trainer haben, ist das Training halt auch unterschiedlich. Also ich laufe deutlich weniger. Ich werde wieder auch in die Region die Umfänge steigern. Aber da ich sehr viele Verletzungen hatte, ist mein Training noch auf viel weniger Laufkilometer ausgelegt. Also das heißt, ich trainiere nicht weniger, aber ich fahre halt deutlich mehr Rad und mache dort Einheiten. Also Sie seid dann auch recht breit aufgestellt. Und diese Einheiten auf dem Fahrrad oder auch im Wasser, sind das dann eher Regenerationseinheiten oder tatsächlich auch zum Aufbau von Ausdauer? Ja, auch richtig auf dem, also Rennrad und ich liebe auch Rennrad fahren, dann richtig in der Walle, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so halt zweieinhalb Stunden. Und da drin dann halt sechs mal acht Minuten halt volle Power oder auch kurze Sachen, 20 mal 30 Sekunden Antritte. Also weil im Herz-Kreislauf-System ist ja eigentlich egal, wie es trainiert wird. Also da kann ich dann halt VO2 Max oder so auf dem Rad trainieren. Und natürlich ist es trotzdem wichtig, viel Laufspezifik drin zu haben. Vor allem je näher es an Wettkampf geht, ist es schon ein Unterschied, ob man halt jetzt auf dem Rad sitzt und in der Walle läuft oder eben die laufend bewältigt. Aber macht ihr das auch so ein bisschen, um die Gelenke zu schonen oder was ist da der Hintergrund? Ja, das definitiv sehen, Muskeln vielleicht weniger näher, doch der Aufprall auch. Ja und auch um, also der Hauptgrund ist, um, wie soll ich sagen, stark zu sein, also sich nicht zu verletzen als Verletzungsprofilaxe. Okay. Und dann halt die Zubringerleistung trotzdem zu haben. Und wie viele Einheiten sind das dann so grob in der Woche? Ähm, Einheiten, also mit Rad, Laufen, Schwimmen und Kraft. Also Yoga würde ich mal ausklammern, weil das machen wir quasi täglich noch dazu. Ähm, sind es vielleicht so, äh, also 14, 15. Mit Kraft noch mehr, also 13, 12 oder 13 Laufeinheiten. Dreimal Schwimmen, drei bis viermal Kraft, ja. Also der Tag ist schon recht, ist halt dann auch immer die Frage, ist, wenn man vor einem Krafttraining halt mal nur eine halbe Stunde läuft, ist das halbe Stunde Laufen jetzt eine extra Einheit. Wenn ich danach noch eine drei, vier Stunden Kraft mache oder das Laufen mit Kraft dann, weil es aufhört, so, wie rechnet man das? Ähm, aber es ist einfach so, dass der Umfang halt beim Marathon-Training groß ist. Aber also schon so zwei bis drei Einheiten am Tag. Ja, genau. Okay, ja, ja, ja. Ähm, und bei wem trainiert ihr heute? Ihr habt ja gesagt, ihr seid bei unterschiedlichen Trainern. Genau. Mein Trainer ist Dhan Lorang. Ähm, genau. Anna? Ja, stimmt, das hätte ich jeder schon an der Stimme erkennen können. Ähm, der, ähm, einen sehr großen Namen auch im Triathlonsport hat, da werden ihn viele kennen. Ähm, Trainer von Jan Fodenow, Anna Haug. Ähm, und auch, ähm, genau, seit letztem Jahr im Herbst, äh, mein Trainer ist. Ja, und ich trainiere bei Dieter Hogen, ähm, der auch Trainerkopf quasi vom Pro-Team der Berlin ist, wo wir beide für starten. Und, ähm, der unser Manager auch ist. Und bei ihm trainiere ich seit Frühjahr 2018. Und trainiert ihr da in Trainingsgruppen oder trainiert ihr, äh, alleine nur mit, äh, der Betreuung von euren Trainern? Ähm, in Berlin haben wir eine Trainingsgruppe, ähm, viel, also männerlastiger, sage ich mal, aber es passt trotzdem sehr gut. Und, ähm, Anna kommt halt, ähm, das war jetzt, weil ich, ähm, Probleme gesundheitliche hatte, ähm, konnte sie nicht so oft nach Berlin kommen. Also, weil ich halt nicht so viel laufen, äh, konnte wie Anna. Aber ansonsten kommt Anna auch nach Berlin und, ähm, ist ja meine Trainingspartnerin. Genau. Ja, und, äh, wenn ich nicht in Berlin bin, trainiere ich, äh, alleine, genau. Und ich mag auch den Wechsel halt, also, weil es ist ja immer, ähm, beim Marathonlaufen oder Austauschsportler hat ja auch viel mit sich alleine zusammen sein zu tun. Also, da den Kontrast zu haben in der Gruppe hat auch Riesenvorteile, kann man sich geil pushen und so. Und manchmal ist es aber cool, halt richtig auf seinen Körper zu hören und dann, äh, ja, alleine zu laufen. Hängt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Trainingseinheit ab. Ja, genau. Also, ich kenne so Intervallläufe. Auf dem Waden ist es immer ein Vorteil, wenn ich die Einrichtung bin. Ich sehe auch schon an euren, äh, Handgelenken, ihr tragt, äh, Pulsuhren. Das, äh, ist wahrscheinlich, oder das ist die Grundausstattung von jeder Marathonläuferin, von jedem Marathonläufer. Und, äh, Technik gehört heute einfach zum Sport mit dazu. Das ist meine Frage. Nutzt ihr noch weitere technische, äh, Hilfsmittel im Training, sprich irgendeine App, ein elektronisches, äh, Trainingstagebuch? Macht ihr Laktatmessungen beispielsweise bei, ähm, äh, bei Intervallläufen? Ja, äh, mein Trainer, also Dan Laurent, äh, kommt so von der wissenschaftlichen, äh, Sichtweise und deswegen werden viele Werte und Daten von mir erhoben. Das heißt, mit Spiky heißt die App, messe ich jeden, äh, Morgen fünf bis zehn Minuten dauert das. Die Herzfrequenzvariabilität, wo er dann, äh, sieht, wie hoch meine Leistungsfähigkeit ist und auch wie hoch ich regeneriert habe während der Nacht. Ähm, dann machen wir auch Laktatabnahme und, ja, ich zeichne jedes Training halt mit, äh, Brustgurt auf, dass er immer die Pulswerte dazu hat. Ähm, ja, ähm, ja, also schon recht viele Tools, die genutzt werden. Die Laktatabnahme dann wahrscheinlich bei, bei, bei Intervallläufen oder auch bei, bei längeren? Ähm, bei Intervallläufen, genau. Und auch, ähm, Leistungsdiagnostik mache ich auch, äh, regelmäßig, um halt dann zu gucken, ähm, wie der Stand ist, ja. Und diese App, die erkennt, äh, morgens anhand des, äh, des Pulses, äh, wenn man, wenn man aufwacht, wie regeneriert man ist? Ja, genau, also, ähm, man zieht einen Puroscoot an und mit der App, also im Handy kann man das dann aufnehmen. Und, ähm, ja, die, äh, ich bin ein Gefühlsläufer, das heißt, ich lasse die Daten von mir erheben, aber ich schaue da mal drüber, aber das ist so, es beeinflusst mich nicht so sehr, also auch wenn die Werte mal nicht so gut sind, ähm, weil das ist dann auch der Vorteil, da anguckt sich dann die Werte an und ich kann dann auch mein Feedback, mein Gefühl geben. Also er hat dann sozusagen das, was eigentlich die Zahlen und Fakten sagen und dann mein Gefühl, was sehr oft übereinstimmt, aber manchmal, wo es halt auch nicht so, äh, hundertprozentig zusammenpasst, ähm, ja, und deswegen, glaube ich, ist das eine super Ergänzung bei uns. Und Lisa, bei dir? Ja, ich muss mich gerade munten, weil ich habe kurz über die, glaube ich, das wissenschaftliche Erklärung, weil ich mich schon dafür interessiere, aber wir können quasi nicht damit arbeiten. Ähm, ja, also ich lese da viel drüber, aber, ähm, dadurch, dass die dabei fast jeder wichtigen Einheit bei mir dabei ist und er, ihm ist es, für ihn ist es auch das Wichtigste, er möchte mich laufen sehen und möchte sehen, wie mein Schritt ist und darauf achtet er immer und, ähm, ja, da spielt die Herzfrequenz jetzt weniger eine Rolle. Tatsächlich? Ja. Okay, also, ähm. Also ab und an bei wichtigen, ähm, Einheiten oder bei einem, ähm, Tempodauerlauf, ähm, habe ich schon mal einen Brustgurt an und, ähm, schauen wir auch auf die Schrittfrequenz zum Beispiel, ähm, aber es ist nicht so, dass wir das komplette Training irgendwie so eine Datenmenge sammeln. Also sagt er, dein, 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 wie kann man sich das vorstellen, dein Schritt ist heute ein bisschen unrund bei, bei diesem oder jenem Tempo, äh, nimm da lieber nochmal ein bisschen was, äh, von der Zeit raus, oder? Ja, zum Beispiel bei einem, ähm, wir machen viel so, ähm, also wir sagen Fahrtspiel, wobei es eher so Minutenläufe oder nach Zeit im Gelände halt ist, also im Wald, im Kronewald, äh, Haupttrainingsgebiet und da kann es sein, dass er sagt so, ähm, ich weiß, du kannst ein Stück schneller laufen, aber dein Schritt ist zu kraftvoll und, äh, ja, nehm Geschwindigkeit raus, das ist locker, leicht, das ist halt immer relativ, weil anstrengend ist es trotzdem, aber wenn man dann nicht so bis ans Limit pusht, dann läuft man manchmal dann fast sogar die gleiche Zeit am Ende raus, ähm, aber man hat noch ein bisschen Reserven und in der nächsten Woche, wenn man wieder das Training hat, läuft man vielleicht schon die Zeit, die man, ähm, die Woche zuvor halt mit zu viel Druck gelaufen wäre, wenn man halt immer mit zu viel Druck läuft, dann verkrampft man und dann, ähm, entwickelt sich nichts weiter im Training. Ist auch so eine Art Techniktraining, oder? Also das war halt, äh, ist ja dann auch ein Feedback wahrscheinlich für dich, äh, dass, äh, du dann weißt, okay, ähm, jetzt... Ja, genau, dass ich, also zu viel Kraft aufwende und dann musste ich auch, klar, das ist immer mit dem neuen Trainer, muss man sich auch erstmal finden, äh, dass ich selbst das, was er sagt, für mich übersetze und halt umsetzen kann, so, wie muss ich meinen Schritt verändern, was bedeutet irgendwie, du läufst zu kraftvoll, äh, muss ich ja auch erstmal wissen, äh, aber das klappt mittlerweile ziemlich gut. Und, äh, und, äh, zwischen den Trainingseinheiten, die Regeneration, wie sieht die bei euch aus? Ihr habt ja eben schon mal gesagt, Yoga gehört so mit dazu, was ja auch ganz schön anstrengend sein kann. Ja, genau, und also da variieren wir auch, also wir machen beides, also manchmal auch, äh, wirklich anstrengendes Yoga, wo wir auch Kräftigungsübungen und so mit einbauen und dann aber auch Yoga wirklich zum Entspannen, zum Runterkommen und Regeneration, ähm, Sauna, ähm, äh, oder auch in, dass ich nach dem Laufen in, äh, in den Bach, in den kalten Bach gehe oder so, also beides, Wärme und Kälte, ähm, und Schlaf ist das wichtigste, also Ernährung und Schlaf, würde ich sagen, ist das wichtigste Tool, wo wir uns auch sehr, ähm, ähm, intensiv mit befassen und, äh, wo wir halt merken, also wir schlafen sehr regelmäßig, dass wir halt immer zur gleichen Uhrzeit ungefähr, ähm, ähm, abends ins Bett gehen, also eine intensiv, wichtige Trainingsphase und morgens aufstehen und halt, äh, bestmöglich auch in eine Mittagsruhe einbauen, um dem Körper dann nochmal eine Chance zu geben, zwischen den zwei Einheiten halt die erste Einheit schon mal ein Stück zu verarbeiten und auch um, ja, so eine innere, äh, Ruhe, Gesamtruhe zu bekommen. Und bei der Ernährung halt, ähm, kann man so viel machen, ähm, um gegen Entzündung irgendwie anzukämpfen, viel Ingwer, viel Knoblauch, äh, Zimt, den Lieber Zimt, genau, das vielleicht nicht alles zusammen, ähm, da einfach zu schauen, was kann ich machen, um meinen Körper da natürlich irgendwie zu bußen und zu unterstützen, um die Trainingsreize besser zu verarbeiten. Ich glaube, auch Schlaf wird häufig unterschätzt, also das ist sehr, sehr wichtig für die Regeneration. Ja, ihr habt es auch vorhin schon angesprochen, ihr teilt euch auch in den Trainingslagern, äh, auch über sechs Wochen das Zimmer, äh, äh, wie häufig fahrt ihr denn ins Trainingslager und wo geht es denn da so meistens hin? Ähm, das auch, äh, unterschiedlich, also jetzt, äh, Winter war ich nicht dabei im Trainingslager, eben, äh, weil ich oft verletzt war und deswegen halt lieber vor Ort bleiben wollte, wo mein ganz medizinisches Umfeld auch ist. und aber, äh, ansonsten, also sprechen wir jetzt schon über nächstes Jahr und da sind Ziele, wo wir halt schon oft waren, also Afrika, Kenia, Äthiopien ist immer, also wir lieben Afrika, dort zu laufen, halt die Menschen, das ist halt der Spirit, die Energie, die da ist, die ist unbeschreiblich, also... Eten, seid ihr da, oder? Eten, genau, oder in Zuluta, wenn es Äthiopien ist, äh, wir lieben die Orte und, ähm, dann halt Neuseeland waren wir beide schon, äh, zweimal zum Trainingslager, ist halt super tolle Landschaft und hat mal den Vorteil, dass, wenn bei uns Winter ist, da halt Sommer ist, ähm, ja, und mal schauen, äh, USA waren wir noch nicht, aber da gibt es halt auch richtig schöne Orte zu trainieren. Also es ist cool schon, also, dass man halt auch, äh, viel von der Welt sieht, also, auch wenn man dann halt im Trainingslager direkt jetzt nicht viel umherreist und so, aber man kriegt trotzdem den Spirit von dem Land mit, also wenn man halt einfach mit den Menschen dort vor Ort redet und halt, äh, ja, das ist auch... Ja, wie macht sich das denn gerade in Kenia und Äthiopien bemerkbar? Ihr, ihr sprecht da viel von dem Spirit und, äh, sind die Leute da besonders laufbegeistert? Also, klar, man sieht's bei jeder, bei jedem, bei allen Olympischen Spielen, aber wie ist es dann tatsächlich vor Ort? Ja, es ist wirklich so, wenn man da laufen geht, dann die, äh, Kinder, die halt zur Schule gehen oder laufen, laufen dann ein paar hundert Meter neben einem her und, ähm, die träumen davon, Läufer zu sein, also, die erzählen, also World Champion oder Olympic Champion werden wollen und, ähm, der Fußball ist, man merkt schon, jetzt, wir irgendwie, wir sind seit 2011 immer wieder in Afrika gewesen, dass der Fußball schon irgendwie eine größere Rolle immer mehr bekommt. Früher war halt, wollte jeder, äh, junge Läufer werden und diese Begeisterung oder auch, ja, dass die Leute einen einfach anfeuern oder das cool finden und, und, ja, man spürt die Hingabe dafür, also, und das wirkt wie das Natürlichste auf der Welt zu laufen, also, das ist halt irgendwie, das gehört da einfach dazu und, ja. Ja, und das kann man dann wahrscheinlich mit ins, ins Training, äh, mit, ähm, mental, mental. Ja, auch wenn man mit uns zusammenläuft, genau, wenn man halt da gemeinsam ist. Ja, genau, das ist halt Läufer irgendwie, also, man versteht sich auch oder wir verstehen uns sofort mit denen, weil, ja, die sind Läufer, wir sind Läufer so und dann ist man ja quasi schon fast, also, es gibt auch ein paar Kenianerinnen, die, die Caroline nennt uns immer, äh, my sisters, also, wir sind sozusagen die blonten Schwestern von ihr, also, wo man halt echt das Gefühl hat und auch sich jedes Mal freut, also, das ist ja das Gute, selbst wenn man dann, äh, man ja, ähm, nicht nach Afrika kann, ähm, dass man die, ja, aber dann bei Wettkämpfen, bei den ganzen Marathons, ist ja alles eine große Familie, ähm, wie das sieht und das ist dann immer wieder toll. Und, äh, wenn ihr dann zurück seid aus den, aus den Trainingslagen und es geht dann, äh, in Richtung Wettkampf, in Richtung unmittelbare Wettkampfvorbereitung, so die, der letzte Tag, die letzten Tage vor einem wichtigen, äh, Lauf, wie bereitet ihr euch da mental auf so ein Rennen drauf vor? Die meiste mentale Vorbereitung, also körperlich und mental geht eigentlich so bis, ich sag mal so, drei Tage vor dem Wettkampf und dann ist eher so im Kopf frei bekommen, also, viel, äh, also Dinge machen, die einem Spaß machen, aber halt jetzt nicht Unternehmung, sondern halt irgendwie Kaffee trinken und dann halt, äh, mit Leuten umgeben, mit denen man sich wohlfühlt und aber auch Musik hören, so viel, so, äh, Langeweile spüren, also das, was wir eigentlich voll selten kennen, aber das ist da extremst wichtig. Dass man sich so ein bisschen auf den Wettkampf freut. Ja, und aber auch, dass der Kopf frei ist, dass sich einen halt nichts anderes mehr beschäftigt und da muss der Wettkampf gar nicht irgendwie so konkret präsent sein, sondern der schwebt über allem eigentlich. Man spürt einfach, okay, bald ist es soweit und so dem Kopf keinen Raum für andere Dinge mehr geben. Ja, gut erklärt. Und dann, ähm, wir haben uns vor dem Interview schon, äh, kurz drüber unterhalten, äh, heute wurde ja, äh, das erste Mal die magische Zwei-Stunden, äh, Marke geknackt bei einer Marathon-Distanz. Ich weiß nicht, ob es ein offizieller Weltrekord ist. Nee. Ich glaube, weil es mehr so Laborbedingungen waren. Genau. Und, ähm, was ich da auch besonders interessant fand, äh, waren die Pacemaker, waren ja auch einige oder sehr viele, äh, bekannte Namen dabei. Äh, wie wichtig sind denn für euch die Pacemaker in so einem Rennen? Also, äh, geht das, äh, darüber hinaus, äh, über nur Windschatten liefern oder, ähm, was sind da die Benefits? Ja, die haben viele Aufgaben. Also, Windschatten, natürlich, wenn es windig ist, ist das, äh, eine wichtige Sache. Äh, äh, die haben ein guter Pacemaker, hat ein gutes Tempo-Gefühl, um halt Ruhe reinzubringen und halt eine konstante Pace zu laufen. Und dass man sich auch selbst vom Kopf erstmal frei macht, okay, das wollen wir angehen. Der folge ich jetzt einfach erstmal und lauf das und denk gar nicht drüber nach irgendwie. Ähm, was das, ähm, ja, über die Geschwindigkeit. Und, ähm, das, äh, war halt in Berlin dieses Jahr. Es waren so unfassbar viele Läufer, die unter 2 Stunden 30 laufen konnten. Und Anna war ja auch so in dem Bereich, ähm, und am Anfang, also ich hab Anna die Wasserflasche nochmal angereicht. Und ich kam, ich musste so auffassen, dass ich mit dem Rad auch rechtzeitig hinkomme. Und dann bin ich teilweise außenrum gefahren, obwohl ich auf der Strecke sein dürfte. Aber die war halt so voll und dann sind es halt echt auch Bodyguards, einfach um zu schauen. Ja, da gibt's welche, die dann, äh, direkt einfach nur hinter mir laufen, dass mir keiner in die Hacken reinläuft, sozusagen. Also, und, äh, ein weiterer Punkt, der, glaube ich, entscheidend ist halt die Stimmung, dass man halt einfach, ist es auch egal, wie hart der Marathon da ist, also, und Berlin war richtig, richtig hart. Aber dass halt trotzdem so eine, ha, Leichtigkeit, eine Stimmung bleibt. Also, dass dann halt, äh, ähm, dass die dann Spruch mal machen, wo ich dann selbst schmunzeln muss, wo ich halt so, äh, quasi, ja, mir ist nicht gut geht. Aber dass halt einfach eine gute Stimmung herrscht. Ja, und so, das ist auch, so wählen wir die Tempo-Mare aus, also, das sind alles, äh, mittlerweile Freunde, die wir halt schon über viele Jahre kennen. Und, ähm, ja, wo man einfach so denkt, so, yeah, ähm, jetzt weiß ich noch, äh, vor welchem Marathon hast du gesagt, meint Anna so, wir schaffen das, Jungs, so. Also, es ist halt so ein gemeinsames Ding, ja. Ja, äh, und jeder hat halt das eine Ziel, die, äh, Frau bestmöglich halt zum Ziel zu bringen. Und ihr lauft dann immer mit den gleichen Pacemakern oder, oder häufig mit den gleichen? Es gibt schon, äh, mehrere, so, ähm, aber es ist schon so ein Kreis von, fünf, sechs vielleicht, ja. Ihr macht ja neben dem Leistungssport auch noch, äh, oder ihr habt ja neben dem Leistungssport auch noch, äh, oder ihr habt ja neben dem Leistungssport auch noch sehr, sehr viele andere Projekte am Start. Unter anderem habt ihr, äh, ein Buch veröffentlicht. Erzählt doch mal ein bisschen was darüber. Ja. Lisa? Time to run. Heißt das Buch, das ist so ein, ähm, Trainingstagebuch. Und das haben wir 2015, 2016. Ja, 2016 ist veröffentlicht worden, 2015, ähm, größtenteils geschrieben. Und, ähm, da geht's drum, wir sind ja selbst so als Quereinsteiger zum Laufen gekommen und hatten tausend Fragen und überhaupt keine Ahnung. Und dann haben wir uns, äh, alle Bücher, die wir kriegen konnten. Und Zeitschriften. Und Zeitschriften gekauft und alles, also ständig eigentlich gelesen, wenn wir irgendwie Zeit hatten, um halt irgendwie so Infos zu bekommen, die für uns jetzt im Nachhinein eigentlich selbstverständlich sind, aber wo wir uns dann nochmal zurückversetzt haben und uns gefragt haben, okay, ähm, was beschäftigen die Läufer oder das bekommen wir, bekommen wir ja auch bei unseren Laufseminaren mit. Und dann, ähm, haben wir das halt als, ähm, Lauftagebuch, also zwölf Kapitel unterteilt. Und dann sind es die unterschiedlichsten Themen zu Ernährung, zu Training, zu Regeneration, zu Ausrüstung, ähm, ähm, in Bericht, Wettkampfbericht über den Wienmarathon, ähm, ja, einfach um Einblick zum einen von unserem Laufleben zu geben und zum anderen auch, um jetzt ohne zu lehrhaft zu sein, einfach so ein paar Tipps zu geben, die, ähm, damit man beim Lesen halt Lust hat, Lust zu laufen. Und darum ging es uns. Also im Prinzip, äh, das, was ihr euch gewünscht hättet, äh, als ihr mit dem, mit dem Laufsport gelaufen hättet. Ja. Und, ähm, daneben, äh, habt ihr auch noch einen, ähm, immer wiederkehrenden Lauftag. Heute, äh, wart ihr in, 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 in Fulda. Wie läuft das ab? Erzählt mal da ein bisschen was dazu. Also da ist ein Tag, ein Ding, der fängt morgens um 10 Uhr an und geht an so bis 16.30, 17 Uhr und geht rund ums Laufen. Also Theorie und Praxis, ähm, dass man, wie ist der richtige Fußaufsatz, wie ist die Hüfte, die Armhaltung. Also sozusagen nochmal die Basics vom Laufen, weil es ist schon das Wichtigste, einfach loszulaufen. Das hat uns Tui mitgegeben. Und aber wenn man dann Spaß dran findet, dann kann man schon mal gucken, also nicht nur mit dem Ziel schneller zu laufen, sondern auch gesünder zu laufen. Also weil die wenigsten haben ja das Ziel, irgendwie zu einem Olympischen Spielen zu gehen und selbst dann ist das wichtig. Aber eben man will seinem Körper was Gutes tun. Und, ähm, dann geht es weiter mit läufig spezifischen Kräftigungsübungen. Dann, äh. Und dann versuchen wir auch, oder jedes Jahr sind dann andere Themen, weil Laufen ist halt, nicht nur Laufen, also dieses Jahr haben wir dann noch Ernährungsschwerpunkt. Ernährungsschwerpunkt, Yoga, Meditation, um da einen Einblick zu geben, weil vor allem viele Männer haben irgendwie noch nie Yoga gemacht oder Meditation sehr wenige. Und was mache ich dann? Quasi nichts. Ja, und dann denke ich an nichts. Und das ist halt cool, einen Einblick zu geben und, ähm, nicht jeder, aber ganz viele nehmen dann irgendwie, also jeder nimmt was mit, aber manche sagen dann auch, okay, ich habe auch angefangen zu meditieren irgendwie, weil ich merke, das bringt mir auch was fürs Leben. Und, ja, so. Und finden dann auch immer... Mentaltraining war im letzten oder vor zwei Jahren dann der Fokus, äh, wie gehe ich an Wettkampf ran oder wie trainiere ich, wenn ich verletzt bin? Ähm, ja, da gibt es halt so viele tolle Themen. Und das ist auch Teil von uns, wir haben den Hanna Twins Running Club und da sind immer viele Clubmitglieder, die auch zu den Lauftagen kommen, weil mittlerweile ist es dann schon, hat es auch so ein bisschen Charme von, ja, Clubtreffen oder Klassentreffen. Das halt aus ganz Deutschland sind die Klupper, sagen wir, verteilt und, ähm, die sehen sich und sehen wir bei Wettkämpfen und halt auch bei den Lauftagen und dann ist es halt auch immer schön, irgendwie sich wiederzusehen. Und da macht es auch Sinn, im Prinzip jedes Jahr da teilzunehmen, einfach auch, weil ihr den Schwerpunkt immer so ein bisschen verschiebt. Richtig, genau, immer unterschiedliche Themen. Und es gibt sogar Leute, die zwei- oder dreimal im Jahr... Ja, aber und es ist auch wirklich, das ist, das kennt man ja vielleicht von einem Film, den man sich anschaut. Also man denkt dann zwar, den Film kenne ich jetzt und dann guckt man ein zweites Mal und dann fallen einem Sachen auf, auf die man vorher nicht geachtet hat. Also weil es ist ja begrenzt, was man wahrnehmen kann. Und wenn man dann das eine schon kennt, dann kann man halt den Fokus mehr auf das andere legen. Wie viele Leute können dann daran teilnehmen? 30 Leute und ist halt wirklich für Laufeinsteiger bis zu auch ambitionierte Flugzeitläufer, weil wir, es geht nicht darum, möglichst viele Kilometer mit einzulaufen, sondern eben denen Hilfestellung zu geben oder halt Sachen, die sie mit nach Hause nehmen können und dort umsetzen können. Wie kann man sich denn für dieses Meeting bei euch anmelden? Über die Homepage, Newsletter oder wie läuft das ab? Ja genau, über unsere Homepage www.hannertwins.com oder einfach eine Nachricht an club.hannertwins.com schreiben. Und wir schreiben auch auf unseren Social Media Kanälen immer, wenn ein Lauftag ansteht. Und dann kann man da auch eine Nachricht schicken und dann schicken wir auch den Link gerne vorbei. Wo seid ihr da Social Media mäßig am Start? Auf Instagram. Vor allem auf Instagram. Genau, Facebook-Seite haben wir auch noch. Mehr Input kommt über Instagram. Lisa, du wurdest auch vor kurzer Zeit von den Machern vom Bewegt-Podcast interviewt. Die haben dir die Frage gestellt, wo kommt denn eigentlich der Markenname Hanna zu uns her? Okay, es ist naheliegend, ihr seid Zwillinge. Ja, aber meistens ist naheliegend, ja, Zwillinge. Aber kam das von euch, wurde es von außen an euch herangetragen oder? Das ist, also ich habe ja gesagt, ich muss Anna fragen und Anna hat gesagt, ich weiß auch nicht so genau. Also wir haben die Marke ja, wir haben das ja schon professionell in dem Sinne gemacht, wir haben die Marke eingetragen und ich glaube, das war 2010 oder 2011 so. Und dann haben wir heute unsere kleine Cousine, Paula war da und dann habe ich gesagt, hey Paula, vielleicht kannst du uns sagen so, waren wir schon immer die Hanna-Twins oder kannst du dich erinnern, dass wir irgendwann die Hanna-Twins wurden? Und dann meinte ich so, das war halt dumm von mir gedacht so, Lisa, da war ich vier oder fünf. Also wenn du sagst, die wurde eingetragen so. Ich kann mich doch nicht mehr daran erinnern, also für mich seid ihr die Hanna-Twins. Ja, von dem her wissen wir nicht, wie sie es entwickelt haben. Also immer noch, das kam auf jeden Fall mit dem Laufen. Ja, weil früher waren wir die Hanna-Twins oder die Zwillinge. Und irgendwann wurde das vielleicht zusammengesetzt, aber ja. Also es bleibt ein Rätsel. Ein Mysterium. Dann wäre meine nächste Frage, was sind denn eure Ziele für die kommenden Jahre? Die verletzungsfrei zu bleiben, das ist das Hauptziel, weil wir wissen, dass wenn wir kontinuierlich trainieren, dass wir dann halt auch sehr starke Leistungen abrufen können. Und kurzfristig die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr. Und für die wollen wir uns beide im Frühjahr dann mit dem Frühjahrsmarathon qualifizieren. Anna, du bist ja auch vor kurzem in Berlin gelaufen, hattest da schon in der Vorbereitung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und auch während des Rennens war es sehr, sehr schwer für dich. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, also eigentlich lief die Vorbereitung richtig, richtig gut. Also deswegen, es war auch erst das primäre Ziel nicht, ob ich da schon die Olympia-Norm angehe, die 2,29,30. Aber weil die letzten Wochen richtig gut liefen und ich mich sehr stark gefühlt habe, habe ich gesagt, okay, also ich glaube, ich kann die jetzt schon in Berlin laufen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, du versuchst, ich laufe die in Berlin. Und das war bis zum Samstag vorm Rennen, habe ich mich super gefühlt. Und dann bin ich halt nach dem lockeren Einlaufen am Samstagmorgen, dann halt ist mir schwarz vor Augen geworden. Was ich aber nicht so ernst genommen habe, war halt kurz weg und war dann aber halt auch wieder da. Also du warst kurz? Ja, so zusammen, also ohnmächtig kurz geworden. Ja, das war, da sind wir zusammengelaufen am Samstag. Und dann nach dem Lauf, dann sind sie halt irgendwie noch 400 Meter zum Hotel und da ist eine Ampel. Und dann sind wir halt stehen geblieben und auf einmal hat sie sich halt so auf mich gestützt. Und so, ich will nur mal kurz den Kopf ablegen, wo ich gedacht habe, hä, was ist denn jetzt? Und dann musste ich sie halt festhalten. Aber das war halt wirklich nur ein paar Sekunden. Also dann haben, ich glaube, auf die Wangen geschlagen oder so, Anna, Anna. Und ich da so, ja, alles gut, wir können wieder weiterlaufen. So, hä, was ist denn das jetzt? Und deswegen... Haben wir das nicht ernst genommen? Ja, und dann auch, ich habe super geschlafen in der Nacht und habe morgen aufgewacht und habe mich auch gut gefühlt. Und dann aber eigentlich schon mit dem Startschuss war es so, was ist denn los? Also ich habe mich ganz komisch gefühlt. Es ging irgendwie überhaupt nicht, ins Rollen, in den Flow reingekommen. Und ich weiß nicht mehr genau, ab wann es losging, aber dann ist es mir schwindelig ein bisschen geworden. Also, und ja, deswegen war der Marathon, also ich bin dann nach zwei Stunden 36 ins Ziel, nicht das, was ich vorhatte. Und, aber jeder Marathon ist eine Lehre und wird mich weiterbringen, auch wenn es da in Berlin nicht die Zeit war. Und, ja, das Stichwort Tokio 2020, die äußeren Bedingungen sollen ja da noch extremer werden als jetzt bei der WM in Doha. Wie kann man sich da drauf vorbereiten? Also habt ihr da noch spezielle Pläne für ein bestimmtes Trainingslager im Vorfeld? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, dadurch, dass wir halt erstmal alle nach den Normen laufen müssen im Frühjahr, wird halt noch nicht unter den Bedingungen trainiert, weil es ja nicht darum geht, möglichst gut mit den Bedingungen klarzukommen, sondern eben die geforderte Zeit zu laufen. Und wenn man die dann im Frühjahr gelaufen ist, dann denke ich schon, dass man dann in der Vorbereitung auf Tokio dann auch ein paar Trainingseinheiten bewusst halt bei Hitze macht, damit man sieht, wie der Körper damit klarkommt. Wir kommen recht gut mit Hitze, klar. Also natürlich laufen wir dann nicht so schnelle Zeiten, aber wir mögen Hitze. Von daher, ja, wird man dann halt ein paar Trainingseinheiten machen, wo der Körper sich halt darauf einstellen kann. Ihr habt ja vorhin bezüglich eures Trainings angesprochen, dass ihr neben dem Laufen auch auf das Rad geht und auch ab und zu mal ins Wasser. Anna, du hast auch einen Triathlon-Trainer. Also da liegt meine nächste Frage relativ nah. Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann auch mal auf die Ironman-Distanz zu gehen? Marathon ist meine absolute Leidenschaft und das, was mich fasziniert. Und solange ich olympisch denke, bleibe ich beim Marathon. Also und was dann, also das wäre was, was ich mir nach meiner Karriere vorstellen könnte, wo es dann aber nicht mehr geht, möglichst schnell, möglichst irgendwie um Leistung zu kommen. Ja, genau, sondern halt, da geht es dann ums Erlebnis, um die Erfahrung. Da hätte ich auch Bock, dann halt irgendwelche langen Trail-Läufern so mal zu machen. Aber das ist, noch brennt das Herz so stark für den Marathon. Und da ist Radfahren und Schwimmen nur Teil des Trainings. Und bei dir, Lisa? Ja, genau so. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Beantworten wir die abwechselnd? Ja, würde ich sagen. Oder soll ich wieder genauso sagen? Das kann ich. Lisa stelle ich dir als erstes Deal. Jetzt musst du anfangen. Die erste Frage, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen. Die schönsten Erinnerungen hängen an den Frankfurt-Marathon 2015. Da bin ich deutsche Meisterin geworden. Meine Bestzeit gelaufen. Und das war, ja, ich glaube, weil das Laufgefühl so geil war. So irgendwie, ich wusste von Anfang an, hey, heute ist dein Tag so. Das läuft gut. Und da ging es halt auch um Olympia, was halt vier Jahre lang unser megagroßes Ziel war, wo wir alles drauf ausgerichtet haben. Und da bin ich halt dann, ja, da war es komplizierter damals, aber 2.28.39 gelaufen. Und ich wusste, das könnte für die Olympischen Spiele reichen. Auf jeden Fall war es die schnellste Zeit, glaube ich, bisher in dem Jahr. Und ja, da, also wenn ich an Frankfurt denke, habe ich sofort Gänsehaut in die Festhalle einzulaufen. Und dann ist halt auch dann der Moderator und dann so Lisa und Lichtershow und roter Teppich. Und ja, also an Frankfurt denke ich sehr, sehr gerne zurück. Und an welchem Punkt des Rennens wurde dir denn bewusst, okay, das wird jetzt eine Hammerzeit? Beim Marathon hat man immer noch so eine Demut irgendwie zu wissen, okay, es kann auch alles passieren. Und solange ich nicht im Ziel bin, bin ich halt nicht im Ziel. Aber ich habe mich halt jeden Kilometer darüber gefreut, wie gut ich mich noch fühle. Und habe gedacht, ja geil, nächster Kilometer bitte genauso. Und konnte halt dann, glaube ich, sogar einen Tick schneller werden noch hinten raus. Ja, und dann, wenn man in Frankfurt so dann wieder von der Mainzer Landstraße zurück in die Innenstadt kommt, so bei 6,37 Kilometer, dann war ich schon sehr zuversichtlich, weil ich so gedacht habe, okay, ich fühle mich immer noch so gut. Und dann waren halt die Leute, die mich noch angefeuert haben. Dann war das schon so, ja, dass ich mich noch mehr auf die Festhalle gefreut habe, weil ich wusste, okay, wenn ich dann ins Ziel komme, dann kann ich jubeln. Und Anna, bei dir? Bei mir war es der Fiena City Marathon 2014. Da bin ich zwar nicht meine Bestzeit gelaufen, auch damals nicht, aber den konnte ich gewinnen. Als erste Deutsche seit 24 Jahren war das, glaube ich, nach Christa Wallensieg. Und vor allem, ich lag halt... Das ist eine Sensation. Ist denn das der Wahnsinn? Ich lag erst ab, warte, jetzt muss ich rechnen, 41,9 Kilometern, dann halt auf dem ersten Platz. Also erst 300 Meter vom Ziel habe ich halt die damals noch führende Caroline Shepconi überholt. Und das war halt so krass, krass, krass. Also weil ich habe während des gesamten Marathons war halt... Mein erstes Ziel war so, boah, wenn ich... Also ich habe mich richtig stark gefühlt und dachte, boah, wenn ich es schaffe, irgendwie auf Stockerl zu laufen, so heißt das ja in Österreich, das Podest, Zika-Podest, das wäre halt so krass. Und als ich dann auf dem dritten Platz lag, konnte ich es fast nicht glauben, dachte ich so, krass, ich werde Dritte, ich werde Dritte. Und dann habe ich dann gesehen, dass dann... Ich habe halt nach und nach irgendwie die Frauen eingesammelt und bin dann auch an der Äthiopierin der Zweiten vorbei und dachte so, krass, ich werde Zweite, ich werde Zweite, ich werde Zweite. Aber die erste war halt noch viel zu weit entfernt. Die war bei Kilometer 38 noch eineinhalb Minuten? Ja, bestimmt. Oder drei Minuten. Also es war gefühlt eine Welt. Und ich habe ja auch gesehen, wie weit die weg ist. Und dann halt erst wirklich dann auf dem letzten oder letzten zwei Kilometer habe ich dann gesehen, das Führungsfahrzeug. Da dachte ich so, krass, also irgendwie kommt das immer näher. Und dann habe ich halt erst dann gemerkt, dass ich da vielleicht noch vorbeilaufen kann. Und das war halt einfach so ein krasses Gefühl. Also ich habe dann auch, als ich es überholt habe, wenn ich jetzt die Videos, die Bilder sehe, okay, die stand quasi, also ich bin da vorbeigeflogen. Aber ich habe halt gedacht, die hängt sich an meine Schulter und bin halt da gesprintet. Und das war halt das Ziel dann. Das war einfach so ein Gefühl von, also Freude und gleichzeitig auch so unfassbar. Also weil das war halt nicht mal ein Traum von mir. Das habe ich halt nicht für möglich gehalten. Und dass es dann wirklich so passiert ist. Würdest du sagen, dass, als dir dann klar wurde, okay, ich kann die jetzt auch noch einholen, dass es dir nochmal so einen Energieschub gegeben hat in dem Moment? Ja, also ich war dann echt so wie auf Jagd. Also abgesehen so, die ich kriege ich. Und aber das Schöne ist, dass wir halt immer noch total gut befreundet sind. Also dass wir uns auch noch schreiben. Und das ist halt das Tolle am Sport, dass man halt auf der Strecke halt gegeneinander läuft und dann aber halt hinterher sich wieder in den Arm liegt. Also das ist halt, das braucht dann vielleicht, also wenn halt so kurz vom Ziel, ein Zielgefühl weggenommen wird, braucht es vielleicht zehn Minuten. Aber dann, das ist aber halt trotzdem was völlig anderes ist. Also das ist Sport, wo man sich duelliert. Und dann gibt es aber halt noch das andere Leben. Lisa, und auf der anderen Seite der Wettkampf, der dir am meisten zu schaffen gemacht hat? Ja, ich glaube, das ist so ein absurdes oder ambivalentes lange Verhältnis gewesen zu den Olympischen Spielen in Rio. Und ich glaube, wenn du fragst, welcher Wettkampf wir am meisten zu schaffen gemacht haben, oder am längsten, dann definitiv die Olympischen Spiele. Weil, ja, dass wir uns vier Jahre halt voll drauf vorbereitet haben. Und dass es der Traum, das große Ziel war. Und dann ist es halt sportlich überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und damit halt selbst fertig zu werden. Und gleichzeitig war es halt trotzdem das Größte, was ich je erreicht habe. Ich war bei den Olympischen Spielen. Und es ist halt irgendwie so das Gefühl von Freude völlig ausgeblieben. Und dann gab es halt auch noch den Shitstorm. Und ich habe das so gemerkt, okay, ich brauche Abstand zu Rio. Ich habe irgendwie mich erst mal gar nicht mit befassen können. Und das kam erst so über die Zeit wieder. Und jetzt denke ich an Rio und denke so, boah, geil, wir waren zusammen für Deutschland bei den Olympischen Spielen. Wie cool ist das denn? Aber das hat definitiv Zeit gebraucht. Und bei Diana? Ja, würde ich auch sagen. Also weil es halt quasi nicht nur darum ging, irgendwie mit sich selbst fertig zu werden. Also dass der Wettkampf nicht lief und man sich trotzdem irgendwie durchgeboxt hat. Und dann, ja, damit im Rein zu kommen. Und dann aber gleichzeitig das Ganze, was von außen kam. Also es gab auch genauso viele positive. Mehr. Ja, aber das ist, man nimmt, selbst wenn zehn Stück positiv sind und eine negativ, das negative trifft ein. Und wenn es dann halt echt unter die Gürtellinie ging und halt man sich einfach nur so gedacht hat, also sich so unverstanden gefühlt hat. Ja, das war auch das. Und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, dass es uns aber auch sehr, sehr viel weitergebracht hat. Also in der Persönlichkeit eben mit so Situationen umzugehen und halt auch zu merken, für was man steht und halt was man mit voller Überzeugung macht. Und das ist das Lächeln. Also selbst wenn es halt nicht läuft, manchmal gelingt es mehr, manchmal weniger. Aber das Lächeln, das ist halt was, was wir in unserem Alltag immer bei uns haben. Und ja, dass man sich dann nochmal bewusst wird, was sind wir, was wollen wir. Und wenn wir das wissen, dann machen wir das. Und dann ist es dann auch in Ordnung, wenn das Leute nicht so toll finden. Aber das sind wir und so bleiben wir. Und nochmal kurz zurück zum Training. Was sind so eure Lieblingstrainings-Einheiten? Die langen Läufe. Ja? Ja, definitiv. Das heißt, lange Läufe bei dir heißt? Fangen ab 30 Kilometer an und gehen bis 40 Kilometer. Und ja, das ist, weil das ist halt für mich, das ist so halt Marathon-Training, weil es ja schon so lang ist und man ist so lang bei sich selbst und muss halt auch vom Kopf her sich drauf vorbereiten und richtig auf das Training. Und ja, hinterher esse ich halt dann auch immer gern so Streuselkuchen oder so. Also da freue ich mich halt. Das ist schon so ein Ding, wenn ich es, ich habe Respekt jedes Mal vor dem Training, aber ich weiß auch so, du wirst dich so geil fühlen, wenn du es halt gepackt hast. Und ja, und man fühlt sich dann irgendwie, also man hat so ein cooles Gefühl von Erschöpfung den ganzen Tag über. Also da stehst du auf und denkst so, oh, und denkst so, ach geil, aber ich finde ja, weil ich heute Morgen so gelaufen bin, geht es mir gerade nicht so gut. Also das ist so, ja, dass man das dann halt irgendwie noch den ganzen Tag über feiert. Und selbst am nächsten Tag, wenn man dann lockeren Lauf hat und die Beine schwer sind, weiß man so, ha, ich weiß auch, warum sie schwer sind. Also und ich habe meistens einen freien Nachmittag, wenn ich einen langen Lauf am Vormittag habe. Und das ist auch cool und selten. Und Anna, bei dir, du hast schon so ein bisschen angedeutet, auch die langen Läufe. Ja, und ich glaube, deswegen ist halt Marathon auch unsere Distanz, weil das sind, das ist das, wovor die meisten zurückschrecken, also vor dem Marathon-Training. Und ja, also Langläufe sind hart und also auch mental. Und aber da das uns nie, also abgestreckt hat, sondern wir das faszinierend vorhanden, ist es, glaube ich, auch Marathon die Distanz, für die wir gemacht sind. Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingsinhalte habt ihr in der Regel nicht ganz so viel Lust, Lisa? Also so eine, woran ich mich erst irgendwie so gewöhnen musste, ist, wir haben Schwimmtraining auch, also auch mit Schwimmlehrerin, dreimal die Woche. Und ich habe es dann extra so, glaube ich, schlimmer gemacht, so, um mir dann zu sagen, oh, ich habe keine Lust, habe keine Lust, bin natürlich trotzdem immer hin und so, damit ich hinterher mir sagen konnte, ach, so schlimm war es doch nicht. Und jedes Mal habe ich schon wieder so, oh, Schwimmtraining. Aber ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber es macht jetzt schon irgendwie Spaß. Also ich bin auch dann irgendwie immer gern hingegangen, aber das war am Anfang so eine Überwindung, weil Wasser so nicht das natürliche Element für mich ist. Von einem Läufer ist. Ja, und ich glaube bei mir, also dadurch, dass ich jetzt im letzten Winter auch nur in Deutschland war und halt auch viele lange Ausdauereinheiten hatte und die nicht draußen fahren konnte, waren dann, wenn halt irgendwie drei Stunden Rad indoor draufstehen, aber halt es soll Ausdauer sein, also bitte keine Intervalle, wo ich denke so, boah, das ist aber sehr langweilig. Und das geht aber halt einmal, aber wenn dann am nächsten Tag dann nochmal die zweieinhalb Stunden, dann nochmal zwei Stunden, also dann wird es irgendwann schon so. Und das sind die Trainingseinheiten im Podcast. Ja, genau, also weil bei Intervallen lenkt mich das ab, also da höre ich höchstens halt Musik, aber dann auch nur Musik, die ich richtig toll finde oder die instrumentalen Musik oder so, die mich nicht ablenkt. Und aber für so lange Ausdauereinheiten, da helfen mir Podcasts extrem. Also da ist dann halt einfach irgendwie, ja, was los und man kann den Kopf halt einfach mit was anderem beschäftigen. Die Beine laufen dann automatisch. Und meine letzte Frage ist immer, was würdet ihr jüngeren Athletinnen, Athleten oder eurem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Folgt eurem Herzen. Ja. Vielen Dank für dieses Interview. Danke. Cool, hat Spaß gemacht. Schön, das kam wie aus der Pistole geschossen. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.